Hallo, heute noch ein ganz besonderer Anlass. Der Sean und der Markus haben mich kontaktiert, für unseren Campfire-Hawk die Verlosung vorzunehmen. Ihr wisst ja, Archers Campfire, das Forum für traditionelle Bogenschützen bei uns in Deutschland. Hier so ungefähr wird dieser Bogen aussehen. So haben wir uns das vorgestellt. Er wird schön mit Cutter drin sein. Ein Edelholz, was ganz besonderes für die Tipps, die werden Zebra verleimt sein. Wird ja für euch extra angefertigt, maßgenau angefertigt. Es hat so einen kleinen Fotowettbewerb gegeben. Markus, ich glaube, da sind wirklich ganz tolle Bilder rausgekommen. Musste mir mal zeigen, möchte ich mir mal anschauen. Nehmen wir mal die Verlosung vor. Ich lege den Boden kurz mal ab. So, reichen mir doch bitte mal die Zettel, Markus. Ja, viele waren das aber nicht. 10, 20 Zettelchen habe ich hier. Ich gucke mal, was da so draufsteht. Ich habe hier eine Steigerwaldhex, Schneewippchen, auch interessant, The Duke of Gravity, Schattenkrieger, Tom, Paul 777, Grizzly, Pro Hunter, Tim und so weiter. Auf jeden Fall ganz tolle Namen. Stilecht schmeiße ich die jetzt in meinen Köcher rein, schüttel ein paar mal kräftig durch und dann ziehen wir den Glücklichen raus. Noch mal schütteln. Das ist schon richtig anstrengend. Na, wo sind sie denn? Also ich kram extra noch mal ein bisschen rum, verwürstel die und jetzt kommt der Moment. Krieger ist eine feine Sache, genau genommen der Schattenkrieger. Herzlichen Glückwunsch zum Campfire Home. Markus, tu deine Pflicht.